Hallo, das heutige Thema wurde angeregt durch Kommentare zu den Videos über den Transistorverstärker. So schreibt Peter Franzen, vielleicht kannst du noch ein paar Schaltungen zu Röhrenverstärkern zeigen, wäre sehr schön. Oder Paul Breitner, wäre toll, wenn du nach diesem Thema das Prozedere mal mit den Elektronenröhren vorstellst, also auch mal einen Vorverstärker und Endverstärker berechnen. Genau das will ich jetzt mal versuchen. Dabei konzentrieren wir uns auf das, was beim Röhrenverstärker anders ist. Die Dinge, die wir vom Transistorverstärker schon kennen, die werde ich nicht erneut in aller Ausführlichkeit erklären. Wenn ihr wollt, könnt ihr da ja nochmal nachsehen. Ich setze auch voraus, dass jeder die prinzipielle Funktionsweise einer Elektronenröhre kennt. Falls nicht, findet ihr auf diesem Kanal das entsprechende Erklärvideo. Auch wenn wir viele Dinge etwas kürzer fassen können, denke ich, wird es etwas viel, alles in ein Video zu packen, vor allem, wenn wir die Theorie dann auch in der Praxis noch bestätigen wollen. Darum will ich das Thema wieder aufteilen. Mal sehen, wie das funktioniert. Ich dachte mir das so, dass wir uns heute zunächst mal wieder mit den Vorverstärkern beschäftigen, mit der Bestimmung und Einstellung des Arbeitspunktes, was bei der Röhre ja bedeutet, Gittervorspannungserzeugung. Und im zweiten Teil reden wir dann über die Endstufen. Und ich werde zeigen, wie man mit ein paar Faustformeln einen Ausgangsübertrager berechnet, sodass sich jeder einen eigenen Übertrager wickeln kann, wenn er möchte. Los geht's! Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Arbeitspunkteinstellung bedeutet, wir müssen uns wieder mit Datenblättern und Kennlinien beschäftigen. Dabei sind zwei Kennlinien für uns interessant. Einmal die Steuerkennlinie, die die Abhängigkeit des Anodenstroms von der Gitterspannung zeigt, und die Ausgangskennlinie, in die wir dann wieder unsere Arbeitsgerade legen. Die Kennlinie geht normalerweise rechts weiter. Würden wir jetzt einfach das Eingangssignal an das Gitter legen, wäre der Ruhearbeitspunkt am Schnittpunkt der Kennlinie mit der Y-Achse. Also bei einer Gitterspannung von Null. Durch Überlagerung mit dem Signal schwankt die Gitterspannung um den Nullpunkt herum und würde sowohl positive wie negative Werte annehmen. Eine positive Gitterspannung wollen wir aber nicht, denn die Elektronen würden jetzt über das Steuergitter abfließen. So würden wir den Vorteil des hohen Eingangswiderstandes der Röhre verlieren. Das Steuergitter ist auch nicht für große Ströme ausgelegt. Wir wollen die Röhre möglichst stromlos steuern und darum ist der Bereich der positiven Gitterspannung für uns tabu. Bei indirekt beheizten Röhren beginnt bereits bei geringen negativen Spannungen ein Gitterstrom zu fließen. In einigen Datenblättern ist der Wert angegeben. Ein ganz typischer Wert ist minus 1,3 Volt. Also auch den Bereich von 0 bis minus 1,3 Volt sollten wir meiden. Bei 250 Volt Anodenspannung kann ab einer Gitterspannung von etwa minus 7 Volt kein Anodenstrom mehr fließen. Danach kommt ein sehr nicht-linearer Bereich der Kennlinie, was zu Verzerrungen führen würde. Bleibt also nur noch ein sehr schmaler Bereich für unseren Arbeitspunkt. Für eine optimale Aussteuerung sollte der Roharbeitspunkt wieder etwa in der Mitte liegen. Das erreichen wir, indem wir dem Steuergitter eine negative Vorspannung geben. Durch die Aussteuerung wird das Gitter nicht mehr positiv, sondern nur mehr oder weniger negativ. Wie groß die negative Vorspannung sein muss, können wir anhand der Kennlinie festlegen. Die Röhrenhersteller machen es uns aber einfach. Wir können den Wert auch aus dem Datenblatt ablesen. In unserem Fall sind das minus 2 Volt. Schon geringe Spannungen aus der Signalquelle würden alles durcheinander bringen. Deshalb muss das Signal gleichspannungsfrei entweder induktiv oder kapazitiv eingespeist werden. Eine direkte Kopplung von Röhrenstufen ist nicht möglich. Beim Bipolar Transistor haben wir den Arbeitspunkt über einen Spannungsteiler am Eingang eingestellt und die nötige Spannung aus der Betriebsspannung gewonnen. Bei der Röhre funktioniert das nicht, weil die Betriebsspannung positiv ist. Wir aber eine gegenüber der Signalmasse negative Gitterspannung brauchen. Es gibt im Prinzip vier Möglichkeiten, die Gittervorspannung zu gewinnen. Variante 1 ist so naheliegend, dass eigentlich jeder darauf kommen müsste. Wir erzeugen die Spannung im Netzteil. Dabei müssen wir aber berücksichtigen, dass jede Röhre im Gerät eine unterschiedliche Vorspannung braucht. Es reicht also nicht nur eine Spannung zu erzeugen und auf alle Röhren zu verteilen. Außerdem würden so die Eingänge der verschiedenen Röhrenstufen zusammengeschaltet, was nicht Sinn der Sache ist. Vorteil der Methode ist, dass wir eine sehr stabile Gittervorspannung erzeugen können. Genutzt wurde das bei Endröhren von großen Röhrenverstärkern. Variante 2 klingt vielleicht etwas komisch. Wir lassen die Röhre die Spannung selbst erzeugen. Wie soll das gehen? Überlegen wir nochmal, wie die Röhre funktioniert. Wir bringen die Kathode zum Glühen, wodurch Elektronen emittiert werden. Sie bewegen sich durchaus auch von der Kathode weg, schon weil sie sich gegenseitig aus dem Weg gehen wollen. Dabei landen sie auch auf dem Steuergitter und einige schaffen es auch bis zur Anode. Es fliegt schon ein Ladungsträgerstrom ohne Anodenspannung, einfach nur durch das Heizen der Kathode. Man nennt das den Anlaufstrom der Röhre. Durch die Elektronen wird das Steuergitter negativ aufgeladen. Das kann sogar so weit gehen, dass es so negativ wird, dass kein Anodenstrom mehr fließen kann. Damit das Gitter auf die Art nicht verstopft, legt man einen sehr hochohmigen Ableitwiderstand vom Gitter zur Masse, damit die Elektronen wieder abfließen können. Es bleibt aber eine negative Restspannung. Es ist schwierig an so hochohmigen Widerständen zu messen, ohne dass das Messgerät einen ziemlich großen Messfehler verursacht. Deshalb habe ich den Widerstand gleich ganz weggelassen und benutze stattdessen den Innenwiderstand des Messgerätes mit 11 Megaohm. An die Röhre ist keine Anodenspannung angeschlossen, nur am Gitter das Messgerät und die einzige Verbindung da draußen ist die Heizstromversorgung. Und die werde ich jetzt mal einschalten. So und wir sehen, dass sich wie von Zauberhand das Gitter der Röhre negativ auflädt. Die Röhre lässt sich nur noch gering aussteuern, weshalb diese Art der Vorspannungserzeugung nur bei Vorstufen anwendbar ist. Der Vorteil liegt auf der Hand. Neben dem Koppelkondensator brauchen wir nur zwei Widerstände und die Verstärkerstufe ist fertig. Und es funktioniert auch. Wie groß wird man den Gitterwiderstand? Wenn er zu klein ist, bricht die Spannung zusammen und das Gitter liegt auf Massepotential. Ist er zu groß, kann er seine Aufgabe nicht erfüllen. Auch hier hilft ein Blick in das Datenblatt. Der maximale Wert des Gitterableitwiderstandes bei Vorspannungserzeugung nur durch Rg, also durch den Anlaufstrom, ist hier zum Beispiel 20 Megaohm. Üblich sind Werte zwischen 10 und 20 Megaohm. Nicht zu verwechseln mit dem Wert bei automatischer oder halbautomatischer Vorspannungserzeugung. Hier ist der Wert wesentlich geringer, weil das Gitter auf Massepotential liegen soll. Der Widerstand hat maßgeblichen Einfluss auf den Eingangswiderstand der Verstärkerstufe. Das Prinzip, das der automatischen Vorspannungserzeugung zugrunde liegt, haben wir schon kurz beim Feldeffekttransistor gesehen. Neben dem Gitterableitwiderstand, der das Gitter auf Masse legt, kommt ein weiterer Widerstand in die Kathodenleitung. Durch ihn fließt der Ruhestrom und es entsteht ein Spannungsabfall. Um diesen Betrag ist die Kathode jetzt positiver als die Signalmasse. Mit anderen Worten, das Gitter ist jetzt negativer als die Kathode, was wir ja erreichen wollen. Allerdings ändert sich der Strom durch die Röhre mit der Aussteuerung, wodurch sich auch die Gittervorspannung ändert. Auf die Art entsteht eine Gegenkopplung, die unsere Verstärkung zunichte macht. Mit steigender Gitterspannung erhöht sich der Anodenstrom. Dadurch der Spannungsabfall am Kathodenwiderstand und damit die negative Gittervorspannung. Das wirkt der Anodenstromerhöhung entgegen. Deshalb müssen wir für den Wechselspannungsanteil eine Umleitung bauen. Der parallel gelegte Kondensator macht RK für unser Signal unwirksam. Wie wird die Schaltung dimensioniert? In einigen Datenblättern findet man bereits komplette Standardbeschaltungen. Wir wollen trotzdem selbst rechnen. Als Vorstufenröhre verwenden wir eine Triode EC92 oder die Hälfte einer ECC81-Doppeltriode. Beide haben die gleichen Daten. Der Gitterableitwiderstand bei automatischer Vorspannungserzeugung darf höchstens ein Megaohm sein. Ich mache den Eingang etwas niederohmiger mit einem 470 Kiloohm Widerstand. So lassen sich Brummeinstreuungen etwas verringern. Um den Anodenwiderstand zu bestimmen, nehmen wir uns die Ausgangskennlinie vor. Als erstes zeichnen wir die Grenzwerte der Röhre ein. Die maximale Anodenspannung im Betrieb liegt bei 300 Volt. Der maximale Strom bei 15 Milliampere. Und es dürfen maximal 2,5 Watt Verlustleistung in Wärme umgesetzt werden. Die roten Linien zeigen die Grenzen. Die Verlusthyperbel hat der Hersteller bereits eingezeichnet. Die Betriebsspannung wählen wir mit 280 Volt knapp unter der maximal zulässigen Spannung. Wenn kein Strom fließt, steht die komplette Spannung über der Röhre an. Damit haben wir einen Punkt unserer Arbeitsgraden. Um den minimalen Anodenwiderstand zu bestimmen, zeichnen wir von dort eine möglichst steile Arbeitsgerade, ohne die Grenzwerte zu überschreiten. Damit schneiden wir die Y-Achse beim Maximalstrom von 15 Milliampere. Von der Verlusthyperbel sind wir weit genug weg. Die Gerade entspricht einem Arbeitswiderstand von 280 Volt durch 15 Milliampere, also rund 18,7 Kiloohm. Kleiner darf der Widerstand nicht werden. Wie bei der Transistorvorstufe reizen wir auch hier die Werte nicht voll aus. Es kommt nicht auf eine hohe Leistung an. In der Vorstufe wollen wir vor allem eine hohe Spannungsverstärkung haben, um die Endstufe damit anzusteuern. Die Änderung der Ausgangsspannung ergibt sich aus der Anodenstromänderung mal dem Anodenwiderstand. Wie stark sich der Anodenstrom mit der Gitterspannung ändert, sagt uns die Steilheit der Röhre. Setzen wir das in die Formel ein und teilen durch ΔUg, dann ergibt sich die Spannungsverstärkung aus dem Produkt der Steilheit mit dem Anodenwiderstand. Für eine hohe Spannungsverstärkung ist also ein großer Anodenwiderstand besser. Legen wir den mal mit 47 Kiloohm fest. Das ergibt einen Maximalstrom von 6 Milliampere. Unser Arbeitspunkt liegt bei einer Gittervorspannung von minus 2 Volt und da lesen wir den hohen Strom mit 3 Milliampere ab. Jetzt können wir auch den Kathodenwiderstand berechnen, denn bei den 3 Milliampere sollen über ihm die 2 Volt Gittervorspannung abfallen. Das ergibt 666 Ohm. Wir nehmen 620 Ohm. Die beiden Kondensatoren berechnen wir genauso wie beim Transistorverstärkerteil 2. Der Koppelkondensator muss mindestens 33,8 Nanofahrrad groß sein. Mit 47 Nanofahrrad liegen wir bestimmt richtig. Der Kondensator über dem Kathodenwiderstand sollte so um die 50 Mikrofahrrad haben. Sind wir jetzt fertig? Noch nicht ganz. Ein paar Werte müssen wir noch überprüfen. Die Spannungsfestigkeit der meisten Kondensatoren in Röhrenschaltungen sollte im Bereich der Betriebsspannung liegen. Beim Kathodenkondensator ist das nicht notwendig, denn die Spannung liegt ja nur bei etwa 2 Volt. Ein normaler 10 Volt oder 16 Volt Typ reicht völlig. Wir arbeiten zwar mit relativ kleinen Strömen, aber mit hohen Spannungen, weshalb wir uns die Verlustleistung über den Widerständen ansehen sollten. Am Gitterwiderstand fließt so gut wie kein Strom, weshalb das hier keine Rolle spielt. Der Anodenwiderstand muss allerdings 0,423 Watt aushalten. Am Kathodenwiderstand sind es nur etwa 5,6 Milliwatt. Und so sieht die fertige Schaltung aus. Am Eingang haben wir eine Spitze-zu-Spitze-Spannung von 424 Millivolt. Am Ausgang sind es dann 194 Volt. Auch andere Wellenformen sehen ganz ordentlich aus. Auch Pentoden können natürlich in Vorstufen verwendet werden. Besonders geeignet ist die eigens dazu entwickelte EF86. Eine besonders rausch- und klingarme Röhre. Was bedeutet jetzt klingarm? Bei einer Röhre gibt es eine Art Mikrofoneffekt. Wenn man die Röhre anstößt, beginnen die Elektroden zu schwingen und das überträgt sich auf das Signal. Die EF86 ist besonders stabil konstruiert, damit der Effekt minimiert wird. Der Hersteller macht es uns wieder einfach, denn im Datenblatt findet sich die komplette Standardbeschaltung. Die Berechnung ist ähnlich wie bei der Triode. Wir verbinden das Bremsgitter direkt mit der Kathode. Den Schirmgitterwiderstand entnehmen wir entweder direkt aus dem Datenblatt oder wir berechnen ihn aus der Differenz der Schirmgitter zur Anodenspannung. Dazu brauchen wir dann den typischen Schirmgitterstrom. Wer mitgezählt hat, weiß, dass eine Möglichkeit der Gittervorspannungserzeugung noch fehlt, die halbautomatische Erzeugung. Sie ist etwas kritisch und sollte nur verwendet werden, wenn es anders nicht geht, weil die Kathoden der verschiedenen Röhren alle auf dem gleichen Potential liegen. Das ist zum Beispiel der Fall bei direkt beheizten Röhren, die alle am gleichen Heizstromkreis hängen. Oder bei Verbundröhren wie der ECL 81, bei der die Kathoden intern verbunden sind. Da die beiden Röhrensysteme unterschiedliche Gittervorspannungen benötigen, funktioniert die automatische Erzeugung über einen Kathodenwiderstand nicht. Stattdessen legt man eine Kombination von Widerständen zwischen den Minuspol des Netzteils und die Signalmasse. Durch sie fließt der Strom des kompletten Gerätes und verursacht einen Spannungsabfall. Punkt 0 liegt auf Masse bzw. Kathodenpotential. Punkt 1 ist etwas negativer und deshalb mit Gitter 1 verbunden. Die Endröhre braucht in der Regel eine höhere Gittervorspannung. Deshalb wird mit R2 ein weiterer Spannungsabfall erzeugt. So kann man gestaffelt verschiedene Vorspannungen erzeugen. Wenn die Betriebsspannung nicht ausreichend geglättet ist, gelangt so die Brummspannung auf die Gitter und wird verstärkt. Deshalb ist eine zusätzliche Glättung der Gitterspannung ratsam. Ein weiteres Problem ist, dass die Spannung von der Stromaufnahme der gesamten Schaltung abhängt. Ändert die sich, zum Beispiel weil eine Röhre altert, hat das auch Auswirkungen auf die anderen Stufen. Wenn man die Schaltung erweitern will, müssen alle Widerstände neu berechnet und ausgetauscht werden. Darum ist diese Art der Vorspannungserzeugung nicht unbedingt die erste Wahl. So, wir können jetzt eine Röhrenvorstufe berechnen und aufbauen. Für heute reicht das. Fortsetzung folgt in Teil 2. 2. 3. 6. 8. 8. 10. 10. 11.